Mk42, okay. Oh! Pläne für P1000, Ratte! Oh! Deswegen müssen wir vielleicht diese Waffefabrik ausschalten. Der hat die gefressen! Ist das schon? Wo? Ja, okay. Hast du nicht? Ja, die Alarmdinger, das weiß ich doch nicht, dass du die da schon kaputt gemacht hast. Okay, hier ist wohl Missionsende. Okay. Ja, sehe ich schon auf der Map. Okay. Okay. Okay, hier geht's nicht rein. Das sieht also... Ja. Dafür, dass sie sagen, irgendwie, das soll da... Die bieten irgendwie mehr Aufgebote oder sowas, aber die ist irgendwie... Nö, also hält sich noch in Grenzen. Ja. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Das kann gut sein. Erstmal die... Vierte Mission? Oh, oh. Hat aber noch einer nachgesehen? Hm. Achso, ich muss mich so ins Ende. Ja, gut. Okay. Da muss ich ihn jetzt nicht hin. Was hat denn einer? Oh. Hm. Die werde ich nicht so schnell kommen sehen. Vielleicht müssen wir doch... Oh. Ja, genau. Weg mit dir. Okay. Was ist das jetzt hier? Oh. Gott. Ich gehe mal von der anderen Seite. Ja. Müssen wir. Weil sonst... Echt? Naja, es ist... Wie ist ein Cancell hier? Ups. Was denn? Ja, fast in die Aller geschossen. Okay. Ich will nicht wissen, wie warm das hier drin ist. Das muss ja... Ach, du heiliges. Oh, ich höre welche. Da ist wieder das Symbol. Oh, ey. Jetzt geht wieder los. Ne Ballerina. Oh. Das war doch leise genug. Das war eine Granate mit Felddämpfer. Granate mit Felddämpfer. Kennt man ja. Kennt man. Oh. Pfff. Wo wollte ich den jetzt... Jaja, gut. Jetzt weiß ich, aber... Granate! Runter! Ja, das war ich. Doch, den wird zerwischt. Okay. Na, ich geh noch ein paar hier. Oh. Okay. Okay. Ich dachte, es gibt ja... Das habe ich bei der letzten Mission gesehen. Solche Symbole ist wie ein Kreuz und darüber ist noch so ein Strich da oben. Ich dachte, das ist wie Waffenkamera oder irgendwie sowas. Aber nee. Oder Werkbank. Ja. Hier ist einer, der einen Schlüssel dabei hat. Ja. Aber hier ist nichts. Alles sauber. Sauber. Ja, war mir noch nicht. Oh. Hast du, äh... Springstoff dabei? Äh... Weiß es gerade gar nicht. Möglich. Ja, aber hier noch mal was rumschauen. Durch die Scheibe. Oh. Nice. Das ist wie so ein Kontrollraum hier. Und das auch... Was sagt der Bergbank? Kann sein. Weiß ich gerade nicht. Kann ich nicht sehen von ihr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich hier runterkomme. Ich glaube, mehr Leute gibt es hier nicht in der Fabrik. Kann das sein? Bist du in der Fabrik, wo ich bin, oder? Nope. Okay. Du bist 100 Meter entfernt. Ja, okay. Dann habe ich eine andere Fabrik. Also hier ist jedenfalls so ein Hochofen. Ja. Hier ist auch flüssiges Metall. Hier wird es dann weiter verarbeitet, glaube ich. Mhm. Was ist denn hier? Oh. Oh. Nice. Was? Was ist denn hier? Warum ist denn das hier? Ach, du bist da. Okay. Den Ofen überlassen. Was? Überlassen? Überlassen vielleicht? Überlassen vielleicht? Den Ofen überlassen. Geht raus aus der Map und schon sieht man, wie man tot ist. Ja, na klar. Ja. Aber ich überlasse mich den. Oh. 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 Ich bin ja nicht auf Zeit. Wie? Du warst auf Zeit? Ja, ich überlasse gerade den Ofen. Okay. Oh, oh. Okay, geht. Okay. Ach, du musst es doch schnell verschwinden oder was? Ja, ja. Weil da ist genau ein paar Meter von mir entfernt. Gut, ich mach hier raus. So. Okay. Ah, hier ist die Sprengladung. Sehr gut. Dann gehe ich gleich nochmal nach hinten. Oh. Panzerfaust. Ich bin dann jetzt auch da. Oh. Ähm. Ja. Nee, da will ich nicht hin. Gut. Autowagen mit Personen drin. Eliminiert. Ja, das ging ja fix. Hallo. Ah, ja. Ich seh's. Das war der Fahrer. Okay. Ich muss nochmal rein. Wegen der Sprengladung. Die muss ich hinten einmal kurz anbringen. Oder uns. Ja. Ja. Das ist auch so ein Sternchen. Und irgendwo liegt hier auch noch einer mit einem weißen Kittel. Der müsste noch einen Schlüssel haben oder sowas. Ja, bestimmt der da. Das zeigt ein bisschen komisch an dazwischen. Ja, genau. Da liegt einer. Ah, ja. C. El Doktore. Ah, ja. Zum Kran, was? Kran Bedienraum. Ach so, okay. Ach so, okay. Ach, dann bräuchte ich die Sprengstoff nicht. Okay, alles klar. Ja, gut. Kann man auch sparen. Ja. 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 Abwärts. Ja. 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 ja ich glaube solange wir einsatzziele haben kann das sein scheiße wieder reich also da die richtung 209 meter ja ok weiß auch welches telefon wir benutzt haben wie gesagt ich kenne diesen modus nicht so ganz sein dass er einmal um die ganze halle rentner möglich